Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Der dritte Spieltag der Champions League steht an. Diesmal habe ich es zeitlich geschafft, alle vier Spiele zu prognostizieren. Sind nicht alle sonderlich lang geworden, die Prognosen, aber es sind alle Spiele dabei. Los geht's mit Paris gegen Leipzig. Viel Spaß! Dass es für Leipzig in dieser Gruppe nicht leicht werden würde, das war von Anfang an klar. Aber 0 Punkt nach 2 Spielen und die Niederlage gegen Brügge, das macht nicht gerade Hoffnung hier für das Spiel in Paris. Und die Gastgeber, sie legten auch gut los. Mbappé, Messi bleibt aber vor Goulaschi ungewohnt. Zittrig am Fuß, hält einfach drauf und trifft dann nicht. Auf der anderen Seite machte es Konrad Leimer besser. Erste Chance, erstes Tor, 22. Minute, das 0 zu 1 aus dem Nichts. Das konnte aber Jesse Marsch mal vollkommen egal sein. Und Leipzig hatte jetzt irgendwie einen Schalter gefunden zum Umlegen. 0 zu 2, Soboschlei, Traumtor aus Spitzenwinkel und das Dach gefeuert. Und jeder Schuss, ein Treffer. PSG nun wieder mit mentalen Problemen, das sah man hier. Und so konnte das passieren. 44. Minute, 0 zu 3. Christopher Nkunku. Halbzeitstand 0 zu 3. Es war wirklich nicht zu glauben, vor allem nachdem Paris eigentlich deutlich besser angefangen hatte. Stichwort Mentalität, Soboschlei hatte so viel Selbstvertrauen, dass er den Ball einfach nochmal reinhämmert. Donnarumma konnte einem leidtun. Der hatte eigentlich nichts zu halten. Entschieden war diese Partie, aller spätestens mit dem 0 zu 4. Paris wollte noch Schadensbegrenzung betreiben. Aber auch da war im Endeffekt immer noch ein Fuß dazwischen. Willi Orban hier gegen Neymar. So blieb es beim 0 zu 4. Ein schier unglaubliches Ergebnis. Ein unglaubliches Spiel, das so nicht zu erwarten war. Ajax Amsterdam hat wirklich bislang einen positiven Eindruck hinterlassen in der Gruppe, in der der BVB ebenfalls als haushoher Favorit weiterkommen möchte, weiterkommen muss. Und dass diese Geschichte mit Donjel Mahlen, der in der Jugend bei Ajax lange gespielt hat, so losgeht, das passte auch gut zu diesem Abend. 0 zu 1, also früh in der Partie. Wie Donjel Mahlen hatte, noch lange nicht genug. 0 zu 2, 15. Minute, eiskalte Dusche für die Niederländer, die im heimischen Stadion eigentlich doch so gut drauf waren. Auf der anderen Seite dann mal die Möglichkeit zum Anschlusstreffer, Berkuis. Aber auch da war das Glück nicht auf Seiten von Ajax. Und vor allem hatte der BVB auch Kobel im Tor, der hier super reagiert. Dortmund sehr effektiv. Schulz mit dieser Flanke auf Erling Haaland. 0 zu 3, 35. Minute. Es lief perfekt für den BVB. Schlägt unter der Latte ein. Ging somit auch in die Pause. Das war schon ein ziemlich heftiges Zwischenergebnis. Und der BVB wollte genauso weitermachen. Und sie machten auch so weiter. Bellingham in der 53. Minute war ihm der Treffer nicht vergönnt. Und jetzt häuften sich auch Standardsituationen. Marco Reus von der rechten Seite und in der Mitte ein unglückliches Eigentor. Masraoui kriegt den Kopf nicht mehr weggezogen. Dann kullert er über die Linie. Damit war nicht zu rechnen. 0 zu 4. Der BVB noch einmal. Und genau das hat gefehlt noch. Ein Traumtor von Marco Reus. Der schlägt perfekt ein. Heftige Klatsche. 0 zu 5. Endet dieses Spiel. Für Ajax heißt es munter putzen und weitermachen. Der BVB setzt ein dickes, fettes Ausrufezeichen. Salzburg ist Tabellenführer in dieser Gruppe. Der VfL Wolfsburg hat zwei Punkte nach zwei Spielen. Also zweimal unentschieden. Auf diese Serie wollte man verzichten und heute den ersten Dreier einfahren. Und Wolfsburg machte es. Auch richtig gut. 13. Spielminute. Luca Waldschmidt zieht ab. Trifft dann aber nur das Außennetz. Geht knapp am Tor vorbei. Aber ein sehr guter Auftritt. Der Wolfsburger vor der Pause noch mal die Möglichkeit, um in Führung zu gehen. Der Führungstreffer, er wäre überfällig. Das ist Weghorst. Pech in der Situation. Und wohl auch der Salzburger Keeper Köhn da noch gerade so mit den Fingerspitzen dran. Es ging torlos in die Pause. Der Führungstreffer für Wolfsburg schon lange darstellbar. Salzburg ja vor allem auffällig, dadurch viele Elfmetertore zu machen aus dem Spiel. Klappt es noch nicht so richtig gut. 55. Minute. Aber es sollte in der Szene noch nicht gelingen. Dann wieder Wolfsburg und diesmal mit Erfolg. 59. Spielminute 1 zu 0. Weghorst mit einem Hammer. Aus 15, 16 Metern nichts mehr zu halten. Salzburg drückte auf den Ausgleich. Kurz vor dem Ende. Adiemi. Aber der Schuss abgefälscht von La Croix. Den Salzburgern war der Ausgleich nicht mehr vergönnt. Wolfsburg sichert sich also den ersten Sieg in der Gruppe. Holt sich nach drei Spielen fünf Punkte ab. Und überholt damit Salzburg auch in der Gesamtwertung. Der FC Bayern ist sicherlich der klare Favorit. Aber was Benfica Lissabon mit Barcelona angestellt hatte, das konnte schon Eindruck wecken. Und auch die Bayern waren dementsprechend gewarnt. Sie spielten konzentriert und in der 28. Minute haute Leroy Sané mal so einen raus. Springt noch minimal auf. Dann trifft er ihn perfekt. Der schlägt unhaltbar ein. Die Bayern hatten den ersten Durchgang komplett in der Hand. Lewandowski kommt nicht durch. Goretzka mit dem Nachschuss. Führt hier allerdings nichts. Zum Glück geht doch relativ deutlich vorbei. Benfica konnte nach vorne nicht sonderlich viel zustande bringen. Dementsprechend war das Halbzeitergebnis von 0 zu 1 vollkommen in Ordnung. Der zweite Durchgang sollte dann die Wende für die Portugiesen bringen. Etwas mehr als fünf Minuten gespielt. Rafa. Und das war vielleicht dieses Erlebnis, das Benfica Lissabon im heimischen Stadion zum Aufwachen brachte. Glanzparade von Neuer, der wäre im Winkel eingeschlagen. Und jetzt kam Benfica. 72. Minute. Roman Eremchuk mit dem Ausgleich verdient in der zweiten Halbzeit. Bayern zog sich zu weit zurück. Investierte nicht mehr viel und konnte den Schalter nicht mehr umlegen. Und so passierte es. Davin Nunesch in der 85. Minute 2-1. Benfica Lissabon, da kann sich neu erstrecken, wie er will. Da kommt er nicht ran. Spiel gedreht. Nun war Bayern nochmal gefordert. Sané. Lewandowski. Goretzka kommt nicht durch, aber er setzt nach und haut ihn rein. Setzt ihn unter das Dach in der 91. Spielminute. Und sichert Bayern den ganz späten Punkt, der unter dem Strich fast sogar etwas schmeichelhafter herkommt. Benfica Lissabon wieder sehr respektabel geschlagen. Am Ende ist es ein Punkt, der die Bayern mehr befriedigen dürfte. Jo, das soll es dann mit dieser Prognose auch wieder gewesen sein. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und Adios. Bis zum nächsten Mal.